Heute erzähle ich euch über den Ford Escort 1,6, mein erstes eigenes Auto von 1998 bis 2005. Hier ist er zu sehen in Halle an der Saale, wo ich damals Medizin studiert habe. Hier in Wertheim auf seinem eigenen Parkplatz. Dies war bei einem Kurs an der Universität Freiburg. Das ist der Parkplatz in Wertheim im Winter, bei einem Hausbesuch und in der Waschanlage. Diesen Unfallschaden habe nicht ich verursacht. Und dort war ich beim Skifahren mit dem Wagen, obwohl er nur Vorderradantrieb hatte, ist er perfekt durch jeden Winter gekommen. Vielen Dank fürs Ansehen.